hallo ich habe heute auch das glück heute meinen zweiten haarschnitt in diesem jahr zu bekommen und ich dachte mir während ich hier schon sitze und nichts zu tun habe können wir ja mal ein kleines q&a machen aber ich glaube wenn ich es mir so richtig überlege mit der maske kommt es nicht so gut wir warten erst mal bis mein haarschnitt fertig ist und dann gibt es das q&a bis gleich hier bin ich wieder herzlich willkommen zu dem kleinen q&a so ist es doch deutlich besser ohne maske wie ich finde ihr habt mir unter dem letzten video wieder zahlreiche fragen gestellt und die würde ich jetzt so gerne beantworten also nehmt euch ruhig einen schönen kaffee und falls ihr selber auch fragen habt würde ich euch bitten das direkt jetzt hier unter diesem video in die kommentare zu schreiben und die fragen die heute hier bei diesem video drin stehen die kommen dann beim nächsten q&a video es kommt jetzt glaube ich monatlich je nachdem wie ich es schaffe ins nächste video mit rein vielen dank an der stelle und wir starten gleich mal mit der ersten frage ist reißwasser denn effektiv das kommt immer ganz darauf an was ihr erwartet also wir machen jetzt reißwasser zur haarpflege für alle die es nicht ganz genau wissen meiner meinung nach ist reißwasser wirklich eine gute angelegenheit es ist ein sehr sehr günstiges produkt man kann es selber herstellen es ist ein schönes hausmittel und es wird in vielen anderen kulturen auch verwendet es ist definitiv als conditioneller spülungsersatz gut geeignet weil es wirklich die haare glänzend macht und leichter kämmenbar durchaus macht was ihr aber nicht davon erwarten könnt ist das was ich auch in vielen youtube videos gesehen habe oder was man auch in sehr vielen tutorials findet die haare wachsen von der anwendung mit reißwasser nicht schneller das passiert nicht auch die haare von der struktur her so chemisch gesehen und physikalisch gesehen werden die haare nicht fester und nicht mehr dadurch es kann aber sein wenn ihr vorher struktur geschwächtes haar habt was immer so ein bisschen ja unruhig von der struktur ist und nach einer guten anzeit also nach zwei drei monaten anwendung mit reißwasser dass dann die struktur schöner ist und die haare sich besser anfühlen insgesamt ein bisschen kräftiger sind aber dass das reine haar der haardurchschnitt sozusagen dass der dadurch durch reißwasser gekräftigt wird oder dass die haare eine spitze an haarlänge zunehmen das passiert nicht weil wenn ihr euer haar regelmäßig mit reißwasser pflegt und die haare gepflegt sind dann brechen sie unten weniger ab und es kann durchaus sein dass ihr wenn ihr das regelmäßig benutzt dass sich die haare schöner anfühlen endlich die länge haben die ihr bekommt aber es ist kein wundermittel dass er jetzt ein zweimal auf macht und schon wachsen die haare wieder schneller aber um auf die frage noch mal abschließend zu antworten reißwasser ist schon effektiv also es ist ein guter conditioner und spülungsersatz wenn ihr da nichts findet was ihr euch gefällt dann könnt ihr es alle mal ausprobieren mit reißwasser dann die haare nach dem schamponieren zu pflegen die nächste frage wie ist deine meinung zu insie bubble also für alle die es nicht wissen damit sind diese zopfgummis gemeint die aussehen wie telefonkabel ich weiß nicht die etwas älteren erinnern sich die anderen können mal alte telefone googeln die hatten ein kabel an der schnur ja jetzt trägt man sie als zopfgummi ja meine meinung dazu ich bin kein freund davon dass man die haare viel zusammenträgt sondern ja offene haare sollten auch immer offen getragen werden aber wenn ihr schon einen zopf machen müsst dann sind solche insie bubbles oder jetzt einfach mal zopfgummis die aussehen wie telefonkabel wirklich eher haarschonender sie sind nicht so ganz so extrem haben nicht so einen extremen zug drauf wie zum beispiel jetzt so stoffgummis die noch eine eine naht mit metall fixiert sind sondern verteilen den druck gleichmäßig im haar so dass nicht eine stelle besonders viel druck ausgesetzt ist was auf jeden fall haarausfall vorbeugt und mit der zeit werden die ja auch immer ein bisschen ausgeleierter also was auch dadurch ist weil das ist halt ein sehr schön dehnbares material und das gute ist aber wie ich finde dadurch dass man sie ja so ineinander verzwirbelt hält es doch also es ist dehnbar es hat nicht so einen hohen zug an den haaren und es hält auch daher ist meine meinung durchaus positiv und ja klare empfehlung dafür wenn ihr lange haare habt und die wattenzopf machen nehmt diese insie bubbles diese telefonkabel ähnlichen zopfgummis so viel dazu die nächste frage was hältst du eigentlich von shampoobürsten die so aussehen ich blende euch mal das bild an das ich auch bekommen habe ja und ich benutze auch bei mir im salon natürlich seit vielen jahren solche shampoobürsten meistens um conditioner oder spülungen quasi im haar zu verteilen da die wirklich für den feuchten zustand sehr gut geeignet sind man kommt sehr leicht durch und das fühlt sich auch für die kopfhaut angenehm an also die meisten kunden finden das auf jeden fall angenehm und wie ich schon mal in dem video zum thema haarebürsten gesagt habe ist alles was irgendwie über eine bürstenfunktion über die kopfhaut rüber geht stimuliert die durchblutung der kopfhaut und beugtaraus fallet anderen problemen vor es ist quasi die beste kopfhaut pflege die ihr machen könnt und wenn ihr dann gleich schon beim shampoo nieren mit so einer shampoobürste drüber geht ist das shampoo erstmal wunderbar gleichmäßig verteilt die durchblutung der kopfhaut wird angeregt und ja es ist auch noch angenehm was will man also mehr also daher sind auch shampoobürsten so wie diese jetzt auch sehr von vorteil wobei ich auch bei shampoobürsten ja also wenn ihr jetzt nicht eine habt die total billig verarbeitet ist finde ich eigentlich alle shampoobürsten dann kann man glaube ich nicht viel verkehrt machen außer natürlich sie jetzt nicht anzuwenden daher auch an dieser stelle eine ganz klare empfehlung für mich von mir aus für shampoobürsten so die nächste frage sind sulfate in shampoos gut oder schlecht ja da gehen viele meinungen weit auseinander also um es mal wirklich ganz grob und nicht chemisch fachmännisch jetzt zusammenzufassen sulfate sind im prinzip ja wie sage ich das am besten wir brauchen ja tenside und waschaktive substanzen um quasi dieses fett und andere anlagerungen von der kopfhaut zu entfernen es geht einfach nicht durch wasser dafür werden oftmals sulfate benutzt sie sind quasi zum reinigen der kopfhaut gedacht und vor allem sulfate sind dann auch der inhaltsstoff in shampoos der das produkt schön schäumen lässt eine schöne schaumkrone zaubert jetzt gibt es sulfate die aus der petrochemischen herstellung kommen also quasi aus der erdöl weiterverarbeitungsindustrie und jetzt gibt es mittlerweile sulfate die aus der naturkosmetik kommen oftmals aus zuckertensiden oder kokos oder sowas kommen die sind oftmals in natur shampoos drin grundsätzlich brauchen wir irgendwas um die haare zu reinigen also irgendein tensid muss im shampoo drin sein damit wir das reinigen können jetzt gibt es die sls und sles das sind sodium lauryl sulfate oder sodium laureth sulfate ich blende es hier oben nochmal ein ich weiß nicht so richtig wie man das ausspricht das sind die die aus der petrochemischen industrie kommen also die komplett chemisch sind die so ein bisschen filmbildner auf den haaren lassen die machen das haar schön weich und geschmeidig aber hinterlassen dann auch so einen film drauf gerade wenn man naturwelle oder locken haben möchte ist das echt von nachteil und dann gibt es noch sodium kokosulfate das ist größtenteils immer naturshampoos drin und ist schon das natürlichere so gesehen kann man die frage nicht beantworten sind sulfate gut oder schön es gibt sulfate aus dem chemischen bereich und es gibt sulfate aus dem naturkosmetischen bereich je nachdem was für einen was man selber möchte muss man schauen wonach man geht ich verwende keine shampoos oder verwende ungerne shampoos mit chemischen sulfaten wie sodium lauryl sulfate weil ich halt diesen filmbildner nicht möchte weil der wenn man zu viel davon im haar drin hat kann es sein dass farben nicht mehr so schön werden wie man sich das vorstellt oder die haare sind einfach nur noch glatt und hängen runter ich möchte aber mit dem haar noch dass es noch naturwelle hat gerade auch beim haarestalten finde ich das wichtig dass sich die haare ein bisschen naturbewegung hat damit ich weiß wie sind die haare auch wenn die kundin sich die haare selber trocknet so dass sie quasi einen relativ geringen stylingaufwand hat quasi waschen trocknen und die haare tragen daher bin ich immer ein freund davon dass man da auch bei den pflegemitteln und bei den shampoos so wenig wie möglich filmbildner drin hat ja die letzte frage woran erkennt man einen guten friseur nein fangen wir gar nicht erst so an es ist schwierig man muss ein bisschen ausprobieren man muss auch wissen was man selber möchte von dem friseur was man da erwartet und dann finde ich ist immer die beste möglichkeit durch weiterempfehlungen fragt rum bei eltern freunden ob die jemanden kennen im freundes oder ob die einen guten friseur haben den sie euch auch empfehlen können am besten auch freunde die irgendwie ähnliche haare oder die ähnlichen vorlieben haben für die haare wie ihr selbst auch dann werdet ihr meistens finde ich wenn ihr jetzt neu in einer stadt seid ist das natürlich schwierig dann würde es sich lohnen mal online nachzuschauen und in die kommentare zu schauen und nicht nur ob der friseur jetzt gute oder schlechte bewertungen hat sondern auch was die leute in den kommentaren schreiben ob das mit euch zutrifft oder ob das für euch nicht hinzutrifft das ist immer das was ich euch dazu raten würde erstmal im bekannten kreis und bei freunden nachzufragen wenn nicht dann mal online in die kommentare reinzulesen und dann natürlich ausprobieren und vielleicht auch dem ein oder anderen mal ein bisschen mehr die chance geben mal wenn man auch mal einen fehler gemacht hat das wieder auszubügeln sozusagen und dann nochmal beim nächsten mal eine chance geben und wenn man merkt das passt wirklich einfach gar nicht dann kann man immer noch wechseln und wenn ihr noch weitere fragen habt dann schreibt sie gerne unten in die kommentare und wenn euch so ein video gefallen hat dann einmal daumen nach oben und sehr gerne auch den kanal abonnieren das freut mich wirklich dankeschön an dieser stelle und wir sehen uns dann beim nächsten video